Als die DDR 1983 zum ersten Mal in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, da hat Franz Josef Strauß die am Leben gehalten mit einem Milliardenkredit. Genau wie jetzt bei den Griechen, wir helfen da gerne aus. 1,5 Milliarden D-Mark waren das damals für die DDR. Das war eine Riesensumme damals, aber da war große Diskussion, überhaupt auch moralisch, darf man so ein Regime überhaupt unterstützen? Der Strauß hat gesagt, gut, es muss erhalten bleiben. Der Strauß war kein SED-Fan, würde ich Ihnen nicht unterstellen. Aber der Strauß, der wusste, wie wichtig die Mauer für das Geschäftemachen in Westdeutschland war. Der Strauß war dann Geschäftemacher. Der ist doch nicht als Millionär gestorben, weil er Ministerpräsident von Bayern war. Nein, der Strauß war der Prototyp des konservativen Geschäftemachers in Deutschland. Ja klar, der Strauß hat Geschäfte gemacht mit Pinochet in Chile, das war ein Faschist. Der hat Geschäfte gemacht mit Honecker, das war ein Sozialist. Der hat Geschäfte gemacht mit Idi Amin, mit Bokassa und mit Gaddafi und mit Khomeini. Das ist dem Konservative noch völlig egal. Der lässt sich beim Geschäftemacher nicht von Werten und Moral behindern. Der konservative Geschäftemacher, der geht doch sonntags nicht in die Kirche, weil er an Gott glaubt oder das Gesabber von den sexuell gestörten Popen hören will. Der konservative setzt sich auf die harte Kirche und Moral erhofft, Geschäftspartner kennenzulernen in dem Umfeld. Aus demselben Grunde ist er im Karnevalsverein, im Schützenverein, im Trachtenverein und in der CDU. Dann ist für den alles dasselbe. Der konservativ ist erfolgreich, weil er sich fokussieren kann, aufs Geschäfte machen, Kohle, Kohle, Kohle und deshalb nennen wir die ja auch die Schwarzen. Und wenn der Linke das sieht, dann wird er rot für Wut. Und der Liberale wird gelb für Neid. So hängt das ja alles zusammen. 1,5. 1,5 Milliarden D-Mark damals für die DDR, 1983. Da sind die nochmal sechs Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie aber sehen, wie ordentlich die da gewirtschaftet haben. Sozialistische Misswirtschaft, ich bitte Sie, das sind halt 750 Millionen Euro. Das reicht bei der Hypo Real Estate keine zwei Stunden, das ist dann ab durch den Kamin. Die DDR war pleite, haben wir da gelacht, wa? Verglichen mit den Griechen und den Amerikanern war die DDR ein solide finanzierter Staat. Schauen Sie bitte mal die Staatsverschuldung an von damals und was wir heute haben. Das ist doch einfach nur lächerlich. Es geht ja auch gar nicht darum, wie viele Schulden Sie haben. Die Leute wollen doch ihr Geld gar nicht zurückhaben, die ihnen das Geld geliehen haben. Die wollen Zinsen. Wie viele Schulden Sie haben, interessiert doch keine Sorgen. Das hat doch alles nichts mit Vernunft zu tun, meine Damen und Herren. Die Griechen haben pro Kopf 26.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner haben pro Kopf 30.000 Euro Staatsschulden. Und jetzt hat Barack Obama einen Haushaltsplan vorgestellt für seine Amtszeit. In den vier Jahren will er nochmal 15.000 Euro Schulden pro Kopf neu dazu machen. Das heißt, dann haben die Griechen hinterher 27.000 Euro Schulden pro Kopf und die Amerikaner haben 45.000 Euro Schulden pro Kopf. Und wer ist kreditwürdig? Ja klar, die Amis. Denen müssen sie Geld leihen, weil die haben eine Armee. Die kommen sich das sonst holen. Und die Griechen kriegen sie jetzt richtig dran. Die müssen jetzt 10 Milliarden pro Jahr im Haushalt einsparen. Verglichen bei uns wären das 80 Milliarden pro Jahr. Stellen Sie sich mal vor, die würden aus unserem Haushalt 80 Milliarden rausstreichen, was hier los wäre. Und die Griechen müssen sich dran halten. Wenn die jetzt jedes Jahr 10 Milliarden sparen, dann gibt es richtig Ärger. Ja was passiert eigentlich, wenn die das nicht schaffen? Ich glaube, da müssen sie die Strafe zahlen. Wovon tun die das denn dann? Ich glaube, die Merkel wird denen das leihen. Das ist alles so ballerballer. Barack Obama hat einen Haushaltsplan aufgestellt für seine vier Jahre Amtszeit. Können Sie nachlesen. Er hat gesagt, im ersten Jahr mache ich 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. 1600 Milliarden. Im zweiten Amtsjahr mache ich nochmal 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. Im dritten Amtsjahr mache ich nochmal 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. Und im vierten Amtsjahr hat er gesagt, wird er die Staatsschulden halbiert. Ja, erst im vierten Jahr, solange er braucht, der Kopper fehlt, um den Trick vorzubereiten. Der schönste Gag ist, wenn die sagen, die Staatsschulden werden halbiert, da wird er überhaupt nicht zurückbezahlt. Da glauben Sie ja, da wird was zurückgezahlt. Nein, Staatsschulden halbiert heißt, die Neuverschuldung wird halbiert. Der Barack Obama verspricht, er macht im vierten Jahr seiner Amtszeit nur noch halb so viele neue Schulden, wie jeweils in den ersten drei Jahren. So einen Diätplan müssen Sie mal mit Ihrem Arzt aufstellen. Sagen Sie, ich nehme auch im vierten Jahr noch nicht ab, aber ich nehme im vierten Jahr nur noch halb so viel neu zu, wie jeweils in den nächsten drei Jahren. Und dann diskutieren die in der Medizin, wann man Hirntod ist. Es ist großartig. Die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob sie noch frisches Geld kriegen, um die Zinsen bezahlen zu können. Ja klar, und wenn die Amerikaner überhaupt nicht mehr genug Kredite kriegen, dann drucken die einfach Geld. Wir drucken jetzt auch Geld in der europäischen Währungszone. Die Amis drucken Geld ohne Ende, seit zwei Jahren schon. Wäre die DDR damals Geld gedruckt, hätten Sie gesagt, das ist doch Spielgeld. Was wollen Sie denn damit? Die Amis drucken jetzt auch Spielgeld. Der Dollar ist fast gar nichts mehr wert. Nur Sie kaufen den Amis den Dollar ab für Ihre Altersversorgung. Toll, toll, toll. Nochmal so ein kleines Beispiel für die Funktionsweise der Mauer. Sie kennen alle das Billiregal. Billiregal ist 30 Jahre alt geworden, von Ikea letztes Jahr. Großes Jubiläum. Und Billiregal konnten wir uns schon als Studenten leisten. Stabiles Regal, mit Rückwand, allem drum und dran. Das war billig, warum? Weil Ikea in der DDR produziert hat damals. Die haben sogar in DDR-Gefängnissen produziert. Wussten Sie das? Politische Gefangene in der DDR haben die Billiregale hergestellt. Ja, denken Sie beim Abstauben den nächsten Mal drüber nach zu Hause. War doch das typische DDR-Produkt. Sie können sich erinnern, mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Aber wir konnten uns das leisten. Hätte Ikea damals in Westdeutschland zu westdeutschen Stundenlöhnen das Zeug hergestellt, hätte sich doch kein Student Ikea-Sachen leisten können. Dann wäre das viel zu teuer gewesen. Aber die Brüder und Schwestern im Osten, die haben für ein Apfel und ein Ei gearbeitet. Die haben so wenig Lohn bekommen, die konnten sich selber keine Ikea-Sachen leisten. Und die konnten auch ihre Häuser nicht renovieren. Und jetzt verstehen Sie es vielleicht. Es hat immer schon ein Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Die Mauer fiel und Ikea ist direkt weitergezogen. Erst nach Tschechien zu produzieren, dann kam die EU nach Tschechien, die Löhne stiegen, Ikea ist wieder weitergezogen. Usbekistan, Kasachstan, Tatschekistan, immer noch eine Runde weiter. Ich will nicht hinterher mit einem Korinthen-Kack über die Reihenfolge diskutieren müssen. Lachen Sie nicht, Gymnasiallehrer dürfen abends frei rumlaufen. Es geht ja nicht um Geografie, es geht auch gar nicht um Details, es geht um die Strukturen, die dahinter stecken. Die Unternehmen ziehen immer noch weiter, immer noch dahin, wo es noch billigere Arbeitskräfte gibt, als wo sie jetzt schon sind. Irgendwann sind die einmal um die Welt rum. Warten Sie es ab. Wenn Sie bereit sind, in Bonn für zwei Euro die Stunde zu arbeiten, weil Sie sonst nichts mehr zum Beißen kriegen, dann kommt Ikea nach hier, dann produzieren die hier. Und dann können Sie es ja den Chinesen rächen mit beschissenen Billigregalen. Die Lüge des Kapitalismus besteht darin, den Menschen vorzugaukeln, dass alle einen gewissen Lebensstandort erreichen können, wenn sie nur fleißig genug sind. Und zwar alle der Lebensstandort unserer Mittelschicht. Das ist eine Lüge. Und davon müssen wir uns endgültig verabschieden. Sie sehen doch in diesem Land, dass das nicht geht. Sie können fleißig sein, wie Sie wollen. In bestimmten Berufen hilft Ihnen das nichts. Als Arzthelferin, als Apothekenangestellte, als Putzfrau, als Taxifahrer, als Pflegekraft im Alter sein, können Sie fleißig sein, wie Sie wollen. Sie kommen niemals auf den grünen Zweig. Mit Fleiß hat das alles nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Und wer sagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, der sagt doch nichts anderes, als dass der Lebensstandort der Mittelschicht, mit Auto und Urlaub und allem drum und dran, der Lebensstandort dieser Mittelschicht ist nur aufrecht zu erhalten, wenn ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logis arbeitet. Ob hinter der Mauer oder in der Nachbarschaft. Wir brauchen diese modernen Sklaven. Und da müssen Sie ehrlich sein. Wenn Sie diese Wirtschaftsform unterstützen, dann seien Sie ehrlich, dann sagen Sie, ich bin so. Lassen Sie sich Sklaven treiben auf die Stirn tätowieren, dann weiß jeder, wo er ran ist. Dann haben wir Demokratie. Sie können auch die Abgeordnete nehmen, FDP haben Sie noch Platz für was anderes. Aber hören Sie auf, den Leuten zu erzählen, dass jeder hier was werden kann. Okay, man kann natürlich sagen, jeder kann hier reich werden, aber nicht alle. Das ist wie im Lotto. Die große Verarsche ist, jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Beim Lotto ist die Chance 1 zu 140 Millionen. Trotzdem spielen die Leute Lotto. Weil sie hoffen, dass der eine von den 140 Millionen Sie sind. Dass damit einer reich werden kann. 20 Millionen jede Woche ihr Geld wegschmeißen müssen. Das ist das Prinzip des Kapitalismus. Eine kleine Gruppe wird immer reicher und der geht es immer besser. Und eine immer größer werdende Gruppe, der geht es immer schlechter. Und das ist das Prinzip dieser Wirtschaftsform. Das ist der Effekt von Zins und Zins ist Zins. Und wer Ihnen irgendwas anderes erzählt, der ist entweder ein kompletter Vollidiot oder eine extrem unappetitliche Körperöffnung, meine Damen und Herren. Alle Menschen in unserem Leben standen, das sagte der gesunde Menschenverstand, das geht nicht. So viel Wasser hat der Planet nicht. So viel Energie können wir auch nicht produzieren. Als vor zwei Jahren die Asiaten anfingen, über eine zweite Mahlzeit am Dach nachzudenken, stieg der Reispreis. Da wurde der kleine Hunger zwischendurch bei uns schon richtig teuer. Was wir haben, geht nicht für alle. Die Ressourcen dieses Planeten sind begrenzt. Völlig im Gegensatz zur Blödheit der FDP. Die ist natürlich unbegrenzt. Können sie aber leider nicht in Energie umsetzen. Weil so etwas Kleines wie FDP-Hirne kann die Wissenschaft noch nicht spalten. Es geht nicht. Wenn alle Chinesen, wenn alle Inder pro Kopf so viele Autos hätten wie wir, da könnten wir alle noch einmal den Zündschlüssel umdrehen, 15 Minuten rumfahren, das Öl wäre komplett aufgebaut. Für immer. Und die Atmosphäre natürlich auch. Jetzt hat die EU-Kommission vor zwei Jahren gesagt, ja, wir können ja die Zahl der Autos nicht kontrollieren, ist ja freie Marktwirtschaft, aber den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug können wir in den Griff kriegen. Wir machen ja Gesetz, die Autos müssen weniger Dreck rausblasen, dann können mehr rumfahren bei gleicher Umweltbelastung. Schrie die deutsche Autoindustrie sofort wieder auf. Diese Pläne machen uns kaputt. Diese Schlagzeilen. 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Da sagt der Deutsche, 65.000 Arbeitsplätze, dann geht das nicht. Und ich habe gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso gehen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren, wenn die Autos weniger Dreck hinten rausblasen? Ich war kurz davor, den Redakteur von der Zeitung anzurufen und zu fragen, aus welcher Flasche er die Informationen hat. Wo ist der Zusammenhang? Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt nur einen möglichen Zusammenhang. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um so ein Auto zusammenzuschrauben, muss vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges abhängig sein. Oder die Hersteller gehen davon aus, dass die Deutschen gar keine Autos mehr kaufen, wenn da nicht genug CO2 hinten rauskommt. Nach dem Motto, dann fahre ich nicht mehr. Wenn da kein Dreck hinten rauskommt, dann gehe ich zu Fuß. Verliere ich die Freude am Fahren. Sagen Sie mal, Herr Wismann, was muss man eigentlich tun, um als Sprecher der Autoindustrie arbeiten zu dürfen? Muss man sich erst mal jahrelang am eigenen Auspuff beatmet haben? Das präsentieren die uns als Dilemma. Retten wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie oder retten wir den Planeten? Das ist das Dilemma. Und dann ist das auch für die Politik ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Und dann steht die Merkel erst mal da, wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Die steht ja immer erst mal da, die ist ja nicht so nassforsch. So, wir machen das jetzt und dann gehen wir jetzt hinten. Die Merkel steht ja immer erst mal. Da steht sie dann. Guckt sie so? Sie versucht, der Krise ein Gesicht zu geben. Guckst du so? Steht sie dann. Guckt sie so? Dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. So guckt ihr doch, oder? Genau so guckt ihr. Und dann spürt die Merkel, sie hat zu lange gezögert, die Atmosphäre kühlt sie ab, da glüht sie wieder vor mit ihren Sprechblasen. Die Frau hat ja ein Sprechblasenreservoir, das ist unerschöpflich. Da kommt die erste Sprechblasen, da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei, aber im ganzen Satz gesprochen und da ist der Deutsche von seinem Politiker nicht verwöhnt. Und bitte achten Sie in Zukunft mal genau drauf. Je inhaltsloser das ist, was die Merkel von sich gibt, je platter und je dümmlicher das, was sie sagt, ist, desto energischer sagt sie vorneweg, und deshalb sage ich bewusst, sie muss uns immer noch informieren, dass sie bei Bewusstsein ist. Sonst wird man ja meistens denken, die plappern einfach so vor sich hin. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst, dann ist sie ganz bei Bewusstsein. Wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Die Umkehrung der Phrase funktioniert noch besser, dann sagt die Merkel, wir müssen in dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Und dann ist der Deutsche sofort begeistert, weil Geschlossenheit ist ja überhaupt das Ding des Deutschen. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Ja.